Hallo und willkommen zum PVN Newsquiki. Es geht dieses Mal um ein kostenloses Origin Spiel. Hierbei handelt es sich um das Spiel Dead Space 1. Das 2008 erschienene Third Person Horror Spiel ist als einer der besten der Serie betitelt worden und derzeitig verfügbar bei Origin. Ihr habt bis zum 9. Mal die Chance das Spiel kostenlos zu downloaden. Die Dateigröße beträgt etwa 7 GB. Wer das Spiel downloaden möchte, soll sich einfach bei Origin einloggen und dieses dann auf dem PC downloaden. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Spiel und wir sehen uns dann beim nächsten Quickie. Euer Pecky. Ciao.